Peri Rodan, Nr. 1844, Die pentrische Wolke, von Peter Tarritt, gelesen von Oliver Elfer-Jumi. Die Hauptpersonen des Romans Peri Rodan, der Terraner stößt auf das Geheimnis der pentrischen Wolke. Akaliform, der Zentrifal fühlt sich von den Galornen gehetzt. Reginald Bull, Rodans alter Freund, weicht nicht von seiner Seite. B. Terrestan, eine Zentrifal steckt in Schwierigkeiten. Kempest, ein Etwas will wieder töten. Der Terraner erreicht sein Ziel. Peri Rodan bei den Galornen. In der Menschheitsgalaxis geht im Frühjahr 1289 neuer galaktischer Zeitrechnung die unheimliche Invasion der sogenannten Tolkander-Völker weiter. Über 200.000 Raumschiffe der Invasoren haben sich bereits angesammelt. Ihre Besatzungen, die Neser, Gaskar, Al-Azhar und Elunda, werden mittlerweile durch die Keroder und Physander unterstützt. Massiver Widerstand ist von den stark zerstrittenen galaktischen Großmächten so gut wie nicht zu erwarten. Die Bemühungen Atlans und seiner Mitstreiter, die Galaktiker zu einem einheitlichen Vorgehen zu bewegen, kamen über Ansätze nicht hinaus. Nachdem eine grauenvolle Todeswelle auf 52 der sogenannten Brutplaneten Millionen und Abermillionen Menschen aller galaktischen Völker sowie der Tolkander umgebracht hat, halten die Galaktiker sozusagen die Luft an. Die Verantwortlichen sind sicher, dass die Bedrohung sich weiter steigern wird, aber keiner hat konkrete Vorstellungen. Von all dem wissen Peri Rodan und Reginald Bull natürlich nichts. Die beiden Terraner sind, seit sie im Pilzdom verschwunden und über die Brücke in die Unendlichkeit gegangen sind, in der Galaxis Plantago unterwegs. Nach dem Flug mit der Hogobanden, den die Terraner und ihre Begleiter vom Volk der Zentrifalen nur mit Mühe überlebt haben, haben sie offensichtlich ihr Ziel erreicht. Das Herrschaftsgebiet der mysteriösen Galornen, die pentrische Wolke. Ich will töten. Zu diesem Zweck, der letzten Konsequenz meines Daseins, bin ich erschaffen worden. Zu keinem anderen. Mein Leben zählt nach Myriaden. Die Zahl meiner Gegner, die ich zur Strecke brachte, ist viel, viel höher. Ich bin ein berühmter Töter gewesen. Eine existierende Legende in dieser Galaxis, die mein Zuhause ist seit Ewigkeiten. Und seit langen Jahren lässt man mich nicht mehr töten. Meine Kräfte nicht mehr einsetzen. Ich lächze danach, wieder zu töten. Tausende von Feinden und noch mehr. Und meine Zeit wird kommen. Kempest Kapitel 1 Es kommt näher, stellte Perry Rodan ruhig fest. Kein Zweifel mehr möglich. Das Beiboot will an unserem Schiff andocken. Wahrscheinlich ist ein neuer Kommandant an Bord, der dieses Schiff übernehmen wird. Reginald Bull stieß einen leisen Seufzer aus und wandte den Kopf. In einem Winkel des Überwachungsraumes hockten die Zentrifal beieinander. Sie machten einen nicht sonderlich glücklichen Eindruck. Das war nicht weiter verwunderlich. Denn der Flug der Hogobanden war auch für sie eine Strapaze der Extraklasse gewesen. Unwillkürlich rieb sich Reginald Bull den Nacken. Er fühlte sich wie damals, als er die ersten überlichtschnellen Raumflüge seines Lebens unternommen hatte. Damals waren die akonidischen Transitionstriebwerke der letzte Stand der Technik gewesen und zwangsläufig hatten sich die Besatzungen und Passagiere solcher Rauma daran gewöhnen müssen, dass nach jeder Rematerialisierung nahezu unweigerlich Kopf- und Nackenschmerzen auftraten, in der Stärke abhängig von der Sprungweite der jeweiligen Transition. Robust wie er war, hatte sich Reginald Bull recht schnell an diese unvermeidliche Begleiterscheinung des überlichtschnellen Fluges gewöhnt und sie klarklos hingenommen. Aber diese Zeiten lagen über zweieinhalb Jahrtausende zurück und jetzt waren seine Nackenmuskeln verspannt und sein Gemütszustand leicht gereizt. »Ist das für uns gut oder schlecht?« fragte er halblaut. »Wahrscheinlich eine Verschlechterung,« antwortete Peri Rodan ruhig. »Es wird entweder eine der, wie nennen die Taschtermansi, zerbrechlichen Gottheiten sein, oder aber wir haben es von jetzt an mit einem Galornen zu tun.« Uli grinste schwach. »Und die wollten wir doch eigentlich ein wenig genauer kennenlernen, nicht wahr?« »Durchaus richtig, Dicker.« Peri Rodan lächelte und warf einen Blick auf Bulli. Es ließ sich nicht leugnen. Der stämmige Rotschopf hatte in den letzten Wochen abgenommen. Der Zellaktivator in seinem Körper sorgte zwar dafür, dass sich seine Körperkräfte rascher und gründlicher regenerierten als bei normalen Lebewesen, aber gegen ein langsames Aushungern half auch der Chip nicht. »Aber in unserer gegenwärtigen Lage?« Der Eindruck, den die beiden Terraner von den Herren der Galaxis Plantago gewonnen hatten, war durchaus zwiespältig. Offensichtlich war, dass die Galornen eine technologisch hochstehende Macht waren. Ihr Standard lag über dem der Galaktiker. Bekannt war ebenfalls, dass die Galornen in ihrer Galaxis, die Terraner waren sich durchaus bewusst, wie zweischneidig und fragwürdig der Ausdruck, ihre Galaxis zu bewerten war, für anhaltenden Frieden gesorgt hatten und zurzeit auch sorgten. Dies allerdings taten sie mit einigen Mitteln und Praktiken, die sich mit dem ethischen Verständnis der beiden Menschen nicht vereinbaren ließ. Unter diesen Umständen zog es Perirodan vor, die Modalitäten eines ersten Kontakts zwischen Terranern und Galornen nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Der Status eines blinden Passagiers, der sich heimlich an Bord geschlichen hatte, war für eine erste Begegnung nicht besonders empfehlenswert. Dazu kam, dass die Terraner und die Zentrifal sich auf diese Weise Zugang zur pentrischen Wolke im Zentrum von Plantago verschafft hatten, wo sie nach dem Willen der Galornen ebenso wenig etwas zu suchen hatten wie die Zentrifal in Rodans Begleitung. Sie werden uns garantiert als Spione ansehen und entsprechend behandeln, schätzte Bulli. Das kann uns den Kopf kosten, wenn sie uns erwischen. Folglich dürfen wir uns nicht erwischen lassen, setzte Perirodan den Gedanken fort. Und was gedenkst du dagegen zu tun? Rodan zuckte mit den Achseln. Abwarten, was geschieht, dann sehen wir weiter. Das Beiboot hat gerade angelegt. Bulli ließ wieder einen Seufzer hören. Im Abwarten bin ich noch nie sonderlich gut gewesen, gab er zu bedenken. Schon gar nicht, wenn ich dabei hungern muss und es keinerlei Unterhaltung gibt. Setz dich auf den Boden und lass die Beine baumeln, sagte Perirodan und lächelte dabei schwach. Ein Spruch, den ich als kleiner Junge oft von meiner Mutter gehört habe, wenn ich mich darüber beklagt hatte, dass mir langweilig geworden war. Und? Hat es geholfen? Wenig. Rodan dachte kurz nach. Wir sollten besser von hier verschwinden, schlug er dann vor. Dieser Raum wird dazu benutzt, das Be- und Entladen der Frachtboxen zu überwachen und zu steuern. Sehr gut möglich, dass sich hier schon bald jemand zeigt, um an die Arbeit zu gehen. Rodan gab den Zentrifaleinzeichen. Von Akaliforms Begleitern hatten insgesamt elf überlebt und sie waren in keiner guten Verfassung. Körperliche Strapazen hatten sie geschwächt. Die Ereignisse der letzten Wochen, vor allem das grausige Schiff, Das ist nur ein geht family zu sehen. Wie kann man ausbenft werden? Nie?